Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen. Mittwoch, der 5. April 2017. Wir schreiben heute den 90. Geek Talk Daily. Ich habe dafür die folgenden Themen mitgebracht. Zum einen iOS-Update, Android-Update, Feedly, Pax, Lizenzen, OAT, JotaPhone, Löcher, Workflow und BlackBerry. Beginnen wir mit einem Thema, das gestern bei mir unterging. Zum einen im RSS-Feed bei der Vorbereitung zu der Sendung von gestern. Und natürlich auch auf dem eigenen iPhone, respektive iPad und den anderen Geschichten. Apple hat iOS 10.3.1 rausgehauen. Also kurz nach dem Punkt-Update kam jetzt noch ein Punkt 1 hinten nach. Einige Sicherheitsgeschichten sind darin gefixt und sonst noch ein paar kleine Dinge. Wer ein iOS-Device besitzt, sollte sich das Ganze installieren. Schadet auf jeden Fall nie. Wer RSS-Feed nutzt, habe ich über viele, viele Jahre nicht mehr genutzt in letzter Zeit. Doch seit circa ein paar Monaten jetzt wieder intensiver. Und ja, Google wissen wir alle, das Ding ist schon lange tot. Also ihr Feed-Reader-Geschichte, die sie hatten. Feedly ist so das wahrscheinlich meistgenutzte. Zumindest wenn man so in die Statistiken vom Blog und des Weiteren reinschaut. Schaut es zumindest so aus. Und die haben jetzt eine neue Funktion. Board nennt sich das Ganze, also ein Board. Da könnt ihr euch so, wie soll ich das sagen, quasi einen digitalen Ordner für Artikel zusammenpressen und die dann aufbewahren. Also für Geschichten oder Themen, News, die euch interessieren und ihr für später aufbewahren möchtet. Muss ich mir selber mal ein bisschen genauer anschauen und bin gespannt, ob das auch Drittanbieter unterstützen. Wir werden es sehen. Wenn ihr es schon getestet habt, lasst es uns doch in den Kommentaren oder über Social Media wissen. Würde mich freuen. Dann hat sich Google was Schlaues ausgedacht. Es gab ja in letzter Zeit nicht mehr so viel, aber einen Weichen lang recht große Streitereien zwischen Samsung und Apple und anderen Firmen und Apple und anderen Firmen und anderen Firmen. Und ja, Samsung oder besser gesagt Samsung. Google möchte sein Android-Ökosystem ein bisschen schützen und will Patentstreitigkeiten zumindest unter Android-Anwendern. Von Firmenseiten her ein bisschen minimieren oder sogar ganz einstampfen und hat da eben ein Pax, wie sagt man, ein Abkommen geschlossen, wo sich verschiedene Hersteller anschliessen können, die sich dann schlussendlich untereinander zumindest nicht mehr bekriegen. Da gibt es ja noch genügend andere, die von außen drankommen und da muss nicht mal Apple sein. Da gibt es ja auch genügend Patent-Trolle und so lustige Wesen. Sicherlich nicht doof. Und ja, wenn wir gerade beim Patenten und Lizenzieren sind, Microsoft hat einige seiner Smartwatch-Patente. Ja, Microsoft hatte mal da was, das Band und Band 2, was dann plötzlich unterging und nicht mehr da war, leider. Da haben sie einiges an Patenten drauf und die haben sie jetzt an Casio weitergegeben. Casio, möchtet ihr euch erinnern, die guten alten digitalen Uhren von früher? Ja, die haben so ein paar Outdoor-Smartwatches, die auf den Bereich Smartwatch gehen und die nutzen eben Patente oder hätten Patente, die Microsoft verletzen würden. Das hat sich jetzt geklärt, indem das Ganze einfach lizenziert wurde. Sicherlich nicht der falsche Weg. Ein bisschen wehmütig wird es beim nächsten Thema. Wenn man so alt ist wie ich. Jan, gut, der ist noch zu jung dafür. Achim kann da auch mitreden, der ist ja noch ein bisschen älter. Yahoo, AOL, das sind Namen, die wir früher fleissig genutzt haben und oder, ja, überall und, ja, allgegenwärtig würde ich nicht sagen, aber zumindest im Netz waren sie große Namen. Und die sollen jetzt verschwinden. Verizon hat da ja ein paar Dinge aufgekauft. Und das Ganze, was nicht in Altebar aufgeht, geht jetzt anscheinend in OAT auf. Bin mal gespannt und, ja, OAT, man muss sich daran gewöhnen. Die Zeiten ändern sich, somit auch die Firmen und deren Namen. Mal schauen, wie das dann weitergeht. Gehen wir noch zu einem neuen Telefon, über was im Sommer kommen will. Das JotaPhone. Mögt ihr euch vielleicht erinnern, das war dieses Telefon, was vorne ein Display hatte und hinten auch. Hinten einfach nur ein E-Ink, sprich Strom sparen und solche Geschichten. Sehr, sehr spannendes Telefon, das geht in die dritte Runde. Kommt im Sommer, wie gesagt. Sehr spannend, werde ich mir auf jeden Fall wieder mal ein bisschen genauer anschauen. Und auch gute Neuigkeiten für alle Besitzer eines JotaPhone 2, denn Updates und Android ist so ein Ding, aber die bekommen jetzt ein Update. Zumindest nach Android Marshmallow. Also das letzte, aktuelle, vorletzt aktuelle Android-Betriebssystem. Dann habe ich ein weiteres Thema in Richtung Fernseher. Ich hatte es, glaube ich, gestern oder war es vorgestern schon als Thema, gehackte Fernsehgeräte. Da gibt es jetzt von einem sicheren Experten. Ami Hai Niedermann, nennt sich der junge Herr. Oder heißt der junge Herr. Der hat einen Vortrag gehalten und ein bisschen gezeigt, wie dieses Tyson T10-Betriebssystem ist. Und das ist vor allem eines, und das ist löcherig. Er hat über 40 Löcher gefunden, womit man sehr, sehr einfach Geräte, also Fernsehgeräte von Samsung, Smart TVs, hacken kann. Ziemlich unschön. Vor allem, wenn man bedenkt, dass dieses Tyson eben nicht nur auf diesen Geräten ist, sondern auch auf ein paar Waschmaschinen, auf ein paar Kühlschränken und so weiter, da hat Samsung noch ein bisschen was zu tun. Sogar auf Staubsaugen ist das drin. Ich gehe mal meinen Staubsauger hacken. Ach nee, der ist nicht von Samsung. Dann geht es ja noch. Das nächste Thema, was ich für euch habe, ist Workflow. Wir hatten es ja schon in der großen News-Folge Mutter-Podcast und wir hatten es auch schon hier in der Daily. Workflow wurde aufgekauft von Apple und kostenlos in den Store gestellt. Wenn ihr die App im letzten Monat gekauft habt, seid glücklich oder dürft ihr glücklich sein, denn dann könntet ihr Geld zurückbekommen. All diejenigen, die es innerhalb des letzten Monats, bevor es Apple aufgekauft hat, gekauft haben, denen schreibt Apple die 2,99 Euro, 3 Franken irgendwas, wieder gut. Gut, schöne Neuigkeit und weiter so. Können sich andere ein Beispiel nehmen, würde ich doch sagen. Dann gehen wir über ein Ding, was ich vorher übersprungen habe. Genau, nicht nur iOS hat ein Update, bekommen auch Android auf die 7.1.2. Gut, jedes Smartphone bekommt das nicht, aber zumindest die Nexus-Devices und auch ein paar andere Flaggschiffe werden da nach und nach drauf kommen. Es sind vor allem ein paar Security-Geschichten, die da mit drin sind und noch weitere Bugfixes, Geschwindigkeit, Performance etc. sind da mit dabei, Treiber. Wer kann, sollte auch da natürlich updaten. Mein letztes Thema für heute wäre BlackBerry. Oh nein, ich spreche jetzt nicht zum x-ten Mal darüber, dass die keine Telefone mehr herstellen, Tablets oder was auch immer. Nee, die haben ein bisschen eingespart. Die brauchen nicht mehr ganz so viele Entwickler und deshalb gehen geschlossen 400 Entwickler von ihnen zu Ford. Autokonzern, kennt ihr sicherlich. Die haben ja ihr eigenes, wie sagt man dem, System im Auto, das mit Android und iOS kommunizieren kann und die gehen dahin. Das erinnert mich, wir wollten doch da mal ein Interview machen. Muss ich wieder mal ansteuern. Auf jeden Fall, ja, BlackBerry. Schöne Zeit wünsche ich euch noch. Ich glaube, das war es mit den Themen. Wenn ich so über ein Dokument schaue, schaut es ziemlich leer aus. Genau, das heisst, ich bin durch und ihr dürft schön und ruhig in den Tag starten. Ich hoffe, ihr habt einen schönen und vor allem auch einen ruhigen Tag und noch mehr hoffe ich, dass ihr einen erfolgreichen Tag habt. Und ja, wer weiss, vielleicht hören wir uns morgen wieder. Mich würde es freuen. Euch noch einen schönen Tag. Euer Pogipsi. Bis bald. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.